Hallo, hier ist Ronja und zusammen mit der Isi spielen wir heute den Prinzessinnen-Obi-Rundown. Wie auch immer das hier ist, das sieht super gruselig aus, weil da 500 Millionen Level gefühlt auf uns warten. Aber ich denke, wir sollten uns erstmal anziehen wie echte Prinzessin. Du siehst das schon aus wie eine Prinzessin. Du siehst aus wie eine Prinzessin, weißt du was? Ich nicht. Wurde Trom. Ich hab's mir gekauft und es hat sich nicht angezogen. Was? Ist alles off? Doch. Es ist wirklich wahr. Okay, Warte, komm on, komm on, komm on. Wir müssen los. Die Obi wartet. Dann, let's go. Oh mein Gott. Yeah, und falle dich schon wieder runter, du lahme Ente. Kannst du schon runterfallen? Ja. Kannst du am Anfang runterfallen? Oh mein Gott, ich bin direkt runtergefallen. Ich seh hier auf das Wiedergeburten Gliederboard. Da hat der Höchste nur 50. Das schaff ich locker zu toppen in dem Video. 100 Prozent. Ich bin... Ja. Auf jeden Fall. Wenn ich was bin, dann bin ich ein Sterber in Obis. Oh mein Gott, komm her, schnell runter. Oh mein Gott, ich fisch gar nicht die Brücke. Als ob du gestorben bist, jetzt versuch's doch mal. Ich versuch's. Nein, du kannst dich hier customizen. Komm schnell, beeil dich. Okay, ich versuch's, ich versuch's. Okay, pass auf. Eins, zwei, drei. Lauf doch einfach auf diese Linie lang. Guck mal. Ja, hab ich ja vorversucht, bin ich auch dreimal runtergefallen schon. Oh stimmt, du kannst ja gerade über die Linie laufen. Okay. Oh mein Gott. Okay, das kann ja nicht sein. Das ist das erste Level. Die Leute, die machen das hier an und es sieht einfacher aus, als es wirklich ist, okay? Ich möchte das nur klargestellt haben für die Zuschauer zu Hause, die sich hier denken. Weil die alle unter sich nicht lang sind. So. Okay, come on, du kannst dir jetzt Haare holen. Guck mal. Oh ja, ich hätte gerne Haare. Customize. Oh, die sind hübsch. Warte, die hast du wahrscheinlich auch, gell? Nein, ich hab die mit dem Zopf. Guck mal. Okay, jetzt sehe ich mir aus wie eine Prinzessin, auf jeden Fall. Oh, es glistert. Okay, okay. Warte, das sind Zaubertränke hier. Guck mal. Magisch. Checkpoint. Oh, die Zaubertränke sind wirklich magisch, weil die hab ich geschafft. Das nächste schaffst du auch locker. Das nächste schaff ich auch. Weil es sind gleiche Abstände. Das kann nicht so schwer sein. Okay, let's go. Wir haben schon drei von 100 geschafft. Hoppala. Ja. Vielleicht übermütig auf das Gelbe gehüpft und sollte man da gar nicht. Und dann war ich tot danach und sich danach weh gedrückt hab und gelaufen bin. Was gar nicht mal so gut war. Das ist keine Strategie, die ich empfehlen würde. Oh, hier ist ein Herzchen. Das ist voll süß. Okay, come on. Schaffst du das? Ja. Natürlich. Okay. Ich schaffe. Rechts. Rechts. Ja, Mitte. Mitte. Und welches mag es wohl sein, Ronja? Nochmal rechts. Nochmal rechts. Hier. Okay. Ist es so? Ja, tu es so. Oh mein Gott. Yeah. Yeah. Aber man hätte wahrscheinlich einfach über den Rahmen laufen können, oder? Das weiß ich nicht. Kann sein. Ich nehme an. Oh, das ist einfach. Das kriege ich hin. Guck mal. Ich sag das erste Mal. Das war viel schwieriger als die anderen, die danach kamen. Das wird richtig schwer hier, Ronja. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Wenn ich das schon sage. Oh no. Und du bist ja eigentlich der Obi-Pro. Oh mein Gott, ich sehe es. Yeah. Wie viel Spaß wünsche ich dir. Ich bin erstmal kurz runter gesegelt. Aber keine Sorge. Ich habe keine Angst und bin bereit. Ich warte einfach hier vorne auf dich. Okay. Wenn du ein bisschen schief springst, dann hast du mehr Aufkommensfläche und dann kannst du besser springen. Okay, okay. Das ist ein guter Tipp. Ein bisschen schräg springen. Okay. Vielleicht ist das hier wirklich das Geheimnis. Oh, die Tippbeeren. 11% habe ich schon geschafft. 11%? Ja. Bin jetzt beim Prinzessin entschlossen. Komm schon her. Ja, ja. Ich habe quasi ja auch 11% geschafft mit meinen neuen hier. Oh, die Kronen sind einfach. Oh, die Kronen sind einfach. Oh mein Gott. Da renne ich ja durch. Die sind einfach. Das ist ja nicht mal eine Herausforderung hier. Pass ich dir raus. Yes. Ich kletter die Wand hoch. Oh, warte. Hier muss man springen. Da darf man einfach durchlaufen. Immer muss man springen. So ein Stress. Hi. Na? Das ist mein Turm. Das ist dein Turm. Okay, dann hüpfe ich jetzt runter. Tschüss. Willkommen. Nö, du kannst hierbleiben. Okay. Ich gehe dann links am Herzen. So, und wir können das nächste Customize. Komm her. Oh mein Gott, wirklich? Yes. Clothing. Yay. Okay, ja. Customize. Ich hätte gerne. Hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Naja. Wurde ich betrogen. Wurde ich. Äh, ich hätte gerne vielleicht lieber das Blaue. Ja, das Blaue ist gut. Das Blaue holt mich ab. Warte mal, welche hast du an? Das Blaue. Nein, das habe ich auch an. Du hast das Finger an. Nein. Okay, ich ziehe mich um. Wir wollen ja hier nicht. Nein, ich kann mich auch umziehen. Ich ziehe mich um. Okay, dann zieh dich um. Dann mache ich hier schon mal einen kleinen Vorsprung. Sie darf dann jetzt nicht aus den richtig edlen Prinzessin. Uh. Fien, sie schmieren sie. Ich. Vielleicht eher das Rote. Nutze natürlich. Oh mein Gott, das Recht ist. Darf man nicht drauf springen? Ich glaube, ich habe ein bisschen vorlaufen, Ronja. Danke schön. Voll lieb von dir. Ich mache meine Sachen aus. Mach das. Achtung, nicht auf das lila in der Herzen. Da hüpfst du einfach durch und fällst runter. Auch wenn du das Herz triffst. Echt? Das ist ein großer Betrug. Ja, ja. Kann es sein, dass man bei den Herzen so hoch gebootet wird? Hatte ich nicht das Gefühl? Ja? Doch, ich schon. Nein. Warte, das Gelbe ist auch fake. Ah, dann baue ich natürlich erstmal meinen Vorsprung aus. Gar keine große Sache für mich. Hier, zack. 17 Prozent. Und jetzt bin ich natürlich auch schon hier über die Kugeln drüber. Ja, Ronja. Und 18. Hier, das spürt sich von alleine. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, der wird runtergefallen. Voller. Hm, Mist. Und da ist die Easy schon bei den Kugeln angekommen. Nein, 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 nein. Die Easy ist sicher nicht bei den Kugeln angekommen. Jetzt ist sie schon beim nächsten. Oh mein Gott, nein. Okay, Mitte ist richtig. Das geht ganz schnell. Das ist richtig. Mitte ist schon wieder falsch. Okay, Mitte. Links. Links. Yeah. Du bist schon wieder hinter mir. Wir sind ein bisschen so schnell. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist... Nein. Ich kann hier mal an der Seite fest. Nein. Nein, ich habe es auch nicht geschafft. Okay. Oh. Okay. Oh Gott, das ist schwierig. Da muss man um die Ecke rum. Okay, ganz wild. Und dann... Innenseite ist okay. So wie ich das hier raufnehme. Nächster Turm. Nächster Checkpoint. Let's go. Oh mein Gott. No, ich bin rauf. Nein. Und man kann hier einfach drüber laufen. Die Abstände sind klein genug. Das ist gut. Oh nein. Oh, der Turm ist Terror. Der ist nichts als Terror, ist der. Wie ist das? Statue? Okay, ich bin jetzt hier vorbei. Oh mein Gott. Nee, ich fall hier runter. Hier ist lange kein Checkpoint gewesen. Oh. Das stimmt. Das ist der Turm. Dann geht hier die Leiter runter. Oh. Checkpoint. Oh mein Gott. Oh, ich hab so Angst gehabt, dass ich quasi jetzt neben die Leiter springen und alles nochmal machen muss. Das ist ein harter Checkpoint gewesen. Das waren hart erkämpfte 22%. Hier, die 23 geben sie dir einfacher. Wah. Yes. Warte, wir haben gleich ein Quittel, oder? Ja. Ja, das geht voll. Nein. Ich hab gedacht, das schaffen wir niemals, aber tatsächlich ist es möglich. Der rechte Weg scheint es zu sein. Nein. Okay. Aber man darf da nicht auf die Dinger verstehe. Okay. Okay. Warte, ich sehe dich. Beim nächsten. Okay. Beim nächsten so schon. Willst du wissen, oder soll ich wissen, oder? Wisst du da was? Okay, ich sag, pink ist das erste. Pink ist richtig. Dann hellblau? Äh, nein. Dunkelblau? Okay. Ja. Und dann nochmal gelb? Ja. Und grün? Yeah. Ja? Okay, 3 von 4. Checkpoint. Oh, oh. Uh. Okay. Was ist das denn? Das hab ich noch nie gesehen. Irgendeine Abi. Das ist ja wild. Hat sich denn das ausgedacht? Welches Monster? Oh, mein Gott. Warte. Man kann über die glitzernden Dinger einfach drüberlaufen. Ich bin nicht gestorben gerade. Er hat das? Ja. Oh, man. Ich hab' immer vergessen, irgendwie mit einzutragen. Okay. Warte, wir müssen über Kleider springen jetzt. Oh. In der Röcke. Okay, das ist easy. Easy, 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 easy. Das ist easy. Ich bin easy. Oh, das ist ein Make-up. Yeah. Das ist die nächste Customizing Stage. Okay. Dann haben wir hier. Oh, okay, okay. Was sieht denn am meisten aus wie eine Prinzessin für mich? Oh, das sieht süß aus. Ja, großer Fan von dem hier. Oh, das sieht voll hübsch aus. Oh, du hast das gleiche genommen. Ja, das ist das beste, 100%. Das sieht voll cute aus. Das passt eigentlich zu deinem Kleid. Guck mal, du hast blaue. Auch. Ja. Oh. Das ist die Art von Obby, die ich mag. Da muss man nichts machen. Da kann man einfach die Treppen hochsteigen. Pass bitte am Ende auf. Oh. Peinlich? Da muss man doch noch hübschen. Ja, da muss man noch hübschen. Nein. Nee. Ich bin jetzt von den Pferden runtergefallen. Aber ich gehe nochmal kurz die Regen-Treppe hoch. Ich bin hier draufgefallen. Das nächste ist mies. Das ist gefährlich oder ein Hörner? Oh Gott, das ist schwierig. Irgendwie sehen die von oben aus wie Nilpferde. Irgendwie sind das sehr unförmige Pferdchen. Oh Gott. Links, 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 rechts, links. Okay. Puh, okay. Sehr gut, danke schön für deine Hilfe. Zu den Checkpoint. Ja, sonst würdest du ja gar nicht mehr mitkommen. Mhm. Klar, klar. Das redest du dir ein. Oh, die Sterne pumpen nicht hoch. Oh mein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein, was hast du getan? Ich bin kurz vorm Ende, right? Ich habe den Obby-Teil geschafft. Und dann bin ich kurz, bevor ich auf den Checkpoint bin, einfach runtergehübscht. Einfach ins Nichts. Einfach von hier durch den Spalt, wie auch immer ich das geschafft habe. Wieso? Oh mein Gott, der rechts ist eine Falle. Der ist auch eine Falle. Okay, es gibt scheinbar nicht viele, die funktionieren. Der hier geht. Der hier geht. Der hier geht. Sehr gut. Okay, nur zweimal runtergefallen. Nice. Ich bin da dreimal runtergefallen. Das macht natürlich den Obby-Anfänger vom Experten aus, ne? Nehme ich an. 42. Oh mein Gott. Wirklich? Oh, what? Okay, 39. Wir nähern uns hier dem Ende. Quasi. Geht es einfach? Das ist nicht einfach. Ich muss aufhören, was zu sagen. wenn ich hier nicht weiß, dass ich es 100% geschafft habe. Sonst blamiere ich mich nur. Oh mein Gott, die Lava. Warte, da fahre ich nicht rein. Das ist einfach. Das ist einfach. Das kann ich. Hier. Zack. Bäm. Wunderbar. Hast du es geschafft? Ja, natürlich. Nein, das war richtig schwer. Die Lava? Pohlranja. Ja, ja. Die Lava fand ich schwer. Da bin ich ein paar Mal gestorben. Aber hier geht die Linke. Okay, dann versuche ich es hier mal mit der rechten. Okay, ich habe die Treppen erfolgreich hinter mich gebracht. Oh mein Gott, das schubst dich? Wie jetzt? Ich sitze hier mit einem anderen Mädchen. Und die kann das auch nicht. Und wir stürmen die ganze Zeit zusammen. Ich weiß, es ist richtig übel. Ich gucke euch zu, Ranja. Guckst du uns zu? Oh mein Gott, nein. Das ist auch richtig schwierig. Wie soll man das denn schaffen? Du musst erst nach links, dann musst du halt langsam nach vorne hüpfen, dann musst du nach rechts und dann musst du ganz schnell hüpfen, weil euch das nach vorne boostet. Oh, ich habe es auch. Das andere Mädchen hat es leider noch nicht geschafft, aber sie ist sicher auch kurz vorm Ende. Aber voll gut, Ranja. Dankeschön. Dankeschön. Das bedeutet mir viel vom Obi-Weltmeister hier. Oh, hier muss man um die Ecke hüpfen. Oh Gott. Das ist wirklich schön. Hi. Hallo. Bist du da vorne? Ah, du bist nach oben. Cool. Da sitzt du schon auf dem Turm drauf. Ich bin hier vorne. Guck mal. Oh, da bist du. Hallo. Hi. Oh, wir dürfen bald uns wieder customisen. Oh, deswegen wartest du da. Verstehe. Hat sie schon einen Rock geholt. Ist sie schon einen Rock geholt? Ja. Ich freue mich schon. Hier. Ich habe jetzt einen Rock freigeschaltet. Das nächste sind Accessoires. Oh, ich möchte den... Den hier. Ich finde den schön. Und dann versuche ich den hier in eine ähnliche Farbe zu bringen. Oh, warte mal. Der hat unten so ein bisschen Farbwechsel. Vielleicht kann ich hier... dieses hellblau, okay? Das ist exakt, was ich möchte. Oh mein Gott. Hä, das ist sogar relativ akkurat. Ja, sieht gut aus. Cool. Okay. Weiter geht's auf den... Zylindern... Hanteln... Keine Ahnung. Oh. Okay. Ich hasse die hier. Ich laufe einfach am Rand lang. Oh, da darf man nicht. Lauf doch einfach mir hinterher. Ich laufe einfach dir hinterher. Oh ja, das ist gut. Du hast den Rücken. Rieche. Nein, ich ziehe. Was denkst du denn? Ach so. Okay. Macht Sinn. Hier sind Schwerter. Oh, die Schwerter sind Eats. Oh, wir haben fast die Hälfte. Haben wir echt, oder? 48% richtig gut. Hä? Ja, wir speedrunnen das hier. Not bad. Nochmal einmal die Zaubertränke. Aber diesmal in hübscheren Farben. Und nicht in... Die sind sehr schön. So. 20. Und halb zum Schloss haben wir es geschafft. Hier wollen sie sich wieder abziehen. Guck mal, hier sind alle Outfits nochmal dran, die man sich annehmen kann. Ich lasse mich natürlich nicht stoppen. Denn ich habe jetzt hier einen Vorsprung ausgearbeitet. Ah ja, was ist hier ein Vorsprung? Ja, ich bin hier vor dir in der Obby. Okay. Wenn du willst, geht es zu 75% und ich warte hier und mal gucken, ob ich dich überhole bis runter. Nein. Würdest du ja nicht schaffen. Das wäre ja unfair für dich. Okay? Das wäre ja nicht möglich. Machen wir das nicht? Nee? Also ich denke, es wäre halt einfach nicht fair für dich. Es wäre... Es wäre... Ne? Also das will man ja auch nicht. Ich hätte das Gefühl, es wäre ein bisschen mehr Herausforderung. Aber ja, okay. Bitte? Es wäre vielleicht ein bisschen mehr Herausforderung für mich, Ronja. Ich habe dich schon verstanden. Ich wollte dir nur die Möglichkeit geben, was anderes zu sagen. Okay? Aber hast du scheinbar nicht für Nelty empfunden? Nee, habe ich nicht verstanden. Es ist okay. Ich bin nicht so klug. Mhm. Oh mein Gott. Ich bin leider auch nicht so klug, da meine Fähigkeiten zu springen manchmal einfach komplett versagen. Und dann laufe ich in Sachen rein. Das liegt aber bestimmt an deiner Tastatur. Garantiert. 100%. Schön, dass du es auch erkennst. Weil ich denke, meine Tastatur ist hier wirklich der Übelt... Oh mein Gott. Ja! Der Übeltäter. Warum bin ich sonst hier abgerutscht gerade? Du solltest sie bestrafen. Aha. Nur aus Interesse, wie bestraft man seine Tastatur? Nicht, dass ich es nicht wüsste. Einfach nur quasi für den Zuschauer zu Hause. Weißt du, der auch mal sagt, oh, ich habe auch immer Ärger mit meiner Tastatur. Ich würde ja auch gerne mal eine Lektion erteilen. Du kannst einfach so ein paar Krümel nehmen und die reinkrübeln. Oh mein Gott. Das ist wirklich böse. Wenn ihr eure Tastatur wirklich hasst, dann müsst ihr einfach ein Brötchen drüber essen. Das mache ich oft bei meiner. Machst du das? Mhm. Tatsächlich bin ich ein Chips-Hasser. Was? Wir können hier weitermachen mit Accessoires. Warte mal, wirklich schon hier? Oh, Ronja. Als ob. Ich bin zehn Minuten später losgesprungen. Nein, wirklich? Okay, ich bin aber auch hier. Okay. Accessoires. Und zwar können wir hier... Oh, eine Krone. Oh, warte, warte. Ich muss die blaue nehmen. Oh, aber die sind alle so hübsch. Warte, die ist hübsch. Muss man hier kurz zumachen. Oh mein Gott. Ich finde die perfekt. Oh, das sieht auch so süß aus. Oh, voll hübsch. Oh, wir sehen richtig princessenhaft aus. Das ist voll süß. Ich freue mich auf die Haie hier jetzt. Das sind die nächsten. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, ich freue mich schon. Was kommt danach? Wir haben danach nicht mehr so viel, oder? Weiß nicht so genau. Haie hier ist und dann kommt, glaube ich, noch Trails. Lippenstifte. Oh nein. Der Obby-Profi ist gefallen. Der Obby-Profi ist gefallen. Aber der Obby-Amateur, der sich hier vielleicht bald zum Profi rausstellen wird, ist natürlich noch auf den Lippenstiften und hat es geschafft. Oh, ein Problem. Ja, eine coole Obby hier. Das ist eine sehr coole Obby hier. Mag die Obby, muss ich sagen. Und ja, du springst echt wie ein Profi mittlerweile. Ah, danke schön. Wirklich? Es ist schön, es zu hören. Oh mein Gott, hier ist eine Banschie. Darf man nicht. Links lang ist falsch. Links lang ist falsch. Links lang ist falsch. Aber wahrscheinlich. Oh mein Gott. Das ist bestimmt gar nicht so einfach mit seinem Rock. Oder? Ja. Boah, das wird sicher noch schwieriger mit High Heels. Mit High Heels? Stell dir mal vor, du bist hier wirklich in einem Parcours und du hast High Heels an und du denkst dir nur so, oh nein. Das ist dann wohl. Ich bleibe jetzt gleich bestecken. Genau. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier auf allen springen darf. Okay. Folge dir. Und man duft. Ah, da darf man nicht drauf auf das Blaue dieses Mal. Okay. Kein Problem. Ich habe jetzt die Kamera drauf, sich auch mittlerweile, die du immer. mir empfohlen hast. Ah ja. Also, ich lerne. Die habe ich auch benutzt, als ich noch ein Noob war. Aber mittlerweile brauche ich die nicht mehr. Ach so. Na gut. Dann gehe ich und meine Noob-Kamera-Einsicht mal auf Level 68. Die sind nicht alle gleich groß, die Rauten. Aber zack. Oh mein Gott, das ist schwierig. Bist du bei den Herzen schon drüber? Ich bin schon lange drüber. What? Du hast die Rauten geschafft, Ronja? Aha. Ich habe die Rauten geschafft. Nein. Hängst du noch an den Rauten? Ich hänge in den Rauten fest. Warte. Ich habe es geschafft. Okay. Ich bin dir wieder dicht auf den Fersen, Ronja. Okay. Ich bin geschafft. Glaub nicht, dass du mir davon kommst. Du Fake-Prinzessin. Ach. Du hast ja noch nicht mal High Heels an. Du auch nicht. Oh mein Gott. Bei Level 70 möchte ich hier auch schon mal vorwarnen. Kann man... Bei welchem? Level 70? Kann man nicht von jedem Block springen. Oh ja. Kannst du mal aufpassen? Dann fällt man einfach runter. Oh, hier ist ein Soldat. Da muss ich mich auf der Innenseite langschleichen. Oh mein Gott. Der hat noch... Ich dachte, man kann sich vielleicht vorbeißen. Wie vorhin. Aber ist okay. Der Raut bewegt sich richtig schön beim Laufen. Irgendwie sieht das aus, als ob der sich so ein bisschen mitdreht. Innenseite ist falsch. Außenseite ist richtig. Oh, hier ist noch ein Soldat. Hier um den Donut-Turm einmal rum. Und dann setzen wir uns natürlich weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ritter sind und keine Soldaten, Ronja. Ich denke, das sind Soldaten, aber... Naja, gut. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Amateur-Prinzessin. Oh, Pfeil nach hinten. Nein, der zeigt immer... Oh mein Gott, das ist hier großer Witz. Geschafft! Oh mein Gott, das ist richtig schwierig. Okay, geschafft. Die geometrischen Dinger sehen immer schwieriger aus, als die dann eigentlich sind. Ich habe das Gefühl, die sind mehr fürs Auge verwirrend und nicht fürs Spielen. Die Herzchen. Links, links, links. Sind die alle richtig? Ja. Oh! Hi-Heels! Hi-Heels! Was? Hm? Ich summe mir hier schon mal welche raus. Bist du schon da? Nein! Ich hänge an den geometrischen Dingern fest. Ich komme hier einfach nicht durch. Ah, das ist natürlich unangenehm. Ich habe hier schon coole Hi-Heels, die man kaum sieht und die auch mehr aussehen wie Stiefel. Aber na gut. Es ist, wie es ist. Ich kann leider die Farbe auch nicht ändern. Das ist schade. Die Hi-Heels finde ich blöd. Ich nehme sie trotzdem. Okay. Und da sind wir schon bei Trails. Okay. Custom Miley. Ist das das letzte, was es gibt? Ich nehme weiß. Wo sieht man das? Glitzer man einfach nur? Ja, wir glitzern, oder? Ah, nee! Guck mal, da ist der Trail! Verstehe! Oh, mein Gott! Dann kann man meinen Trail in den Abgrund sehen. Das ist schwierig. Das hier ist gar nicht einfach. Okay. Oh, mein Gott, nein! Warum dreht sich das denn so schnell? Die Sachen, die so leuchten. Da weiß man nie, was die Hitbox ist. Das stimmt. Okay, ich fahre hier mit. Ganz gemütlich. Oh! Das war knapp. Ich bin hier mit einem Fuß, sehe ich mich schon im Grab. Okay. Die Echse sind einfach. Die Echse sind einfach. Und dann geht es in den Turm. Oh! Ich kann jetzt einfach deinem Trail folgen. Warte mal, wie kommen wir hier durch? Guck mal. Nein, wir müssen aus dem Fenster. Wir müssen aus dem Fenster springen. Hier oben rein, guck mal. Ich seh, ich seh die Trail. Einbruch ins Prinzessinnen-Schloss. Okay. Okay, ich folge dir dicht auf dem Fersen. Ich find mein Kleid richtig hübsch. Hier geht's lang. Oh, okay. Hier, zack, bei den ausgelaufenen Fässern voller pinkem Schleim. Dann geht's hier nochmal ab in die Lava-Hölle. Oh, und zack, hier rüber. Oh, ist immer so knapp. Ich will nicht übermütig werden. Linke Tür oder rechte Tür? Linke Tür scheinbar. Glaubst du rechts, oder? Rechts. Oh, nein! Nein! Das war so weit hinten. Ich sterbe oft an Sachen. Weird. Ich bin da super locker durchgekommen, hä? Ich weiß es auch nicht. Ich komm's irgendwo gegen, aber gegen was? Ich weiß es nicht. Das Spiel hasst mich. Okay, ich glaub, du hast es. Okay, hier noch. Und dann über den. Nein! Okay. Ah, da ist ein Checkpoint. Da ist ein Checkpoint, Gott sei Dank. Come on, come on, come on. Und hier durch. Okay. Yes! Oh, finally. Oh, was haben wir hier? 95 Prozent. 95 Prozent. Hier ist ein Checkpoint. Lava. Oh, mein Gott. Ich liebe Lava. Lava ist meine Lieblingsflüssigkeit. Und deine. Soll ich dir mal einen coolen Fakt über Lava sagen? Ja, gerne. Okay. Passt auf. Also. Schon wieder stacken Lava. Eis ist Stein, ja? Eis ist Stein? Geologisch betrachtet ist Eis Stein, ja? Es ist etwas, was bei einer bestimmten Temperatur vom flüssigen Zustand in den Festmustand übergeht. Was ist dann Wasser? Lava? Ja, richtig. Wirklich? Geologisch gesehen ist Wasser Lava. Fakten mit Easy, ja? Yeah! Okay. Eins, zwei, drei, vier. Da ist eine Säule über mir, aber das ist okay. Fünf. Okay. Äh, du bist hier im Weg. Okay. Jetzt hier lang. Okay. Sechs. Hier lang, Ronja. Ja, hier. Oh mein Gott, was für eine Zitterpartie. Und 99 ist das das Schloss? Haben wir es geschafft? Yes! Oh mein Gott! Ronja! Ich schaff's zum Schloss. Ich schaff's zum Schloss. Oh Mann! Yay! Yes! Oh mein Gott. Wir sind Prinzessinnen! Wir haben es geschafft. Wir sind endlich im Schloss und wir können es auf unseren rechtmäßigen Thron setzen und das Leben genießen. Okay? Unsere Herrschaft als Prinzessin. Und, äh, das war's dann. Aber guck mal, sie sind. Oh, man kann auf der Lehne sitzen. Das ist süß. Ah, wie cool. Das war's dann mit dieser Folge Roblox Prinzessinnen. Ob ihr, wenn es euch gefallen hat, dann ist gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Und wenn ihr auch noch nicht das gemacht habt, dann ist es natürlich eine große Schande. Aber dann schaut unbedingt bei Easy vorbei und abonniert auch ihren Kanal. Weil da kommen auch viele gute Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss! Tschüss! Bis bald. Bis bald.